Schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu dieser kurzen Meditation zum Energietanken. Setze dich dafür am besten aufrecht hin und wenn du magst, kannst du die Augen geöffnet lassen oder schließen. Beginne damit, einfach deinen Atem wahrzunehmen und ganz bei dir anzukommen. Nimm einfach wahr, was du wahrnimmst an Gedanken, Gefühlen, wie es deinem Körper gerade geht. Und dann mache dir bewusst, dass du gerade wahrscheinlich relativ wenig Energie hast. Denn sonst würdest du wahrscheinlich diese Meditation nicht machen. Du kannst auch die folgenden Sätze entweder innerlich oder laut aussprechen. Ich habe wenig Energie. Ich hätte gerne mehr Energie. Ich fühle mich müde oder erschöpft. Ich brauche eine Pause. Ich will nicht energielos sein. Ich will nicht müde sein. Ich will mehr Energie haben. Ich will mehr Energie haben. Ich möchte wacher sein. Vielleicht merkst du, wie alleine durch die Erlaubnis, wenig Energie zu haben, sich etwas in dir entspannt. Wenn du magst, kannst du dich entspannen und die Energie einladen, in dich hinein zu fließen. Das heißt, du kannst einfach Pause machen, für die Dauer dieser Meditation. Und die Energie beginnt von ganz alleine, dich zu füllen, dich mit neuer Energie zu versorgen, deine Akkus wieder aufzuladen. Wenn du magst, kannst du dir auch vorstellen, wie ein helles Licht beginnt, in dich hinein zu fließen. In einer Farbe oder mehreren Farben deiner Wahl. Dass dieses Licht genau an die Punkte und in die Körperteile fließt, wo es am meisten gebraucht wird. So wie deine Zellen mit Sauerstoff versorgt werden, können sie auch mit diesem Licht, mit dieser Energie versorgt werden. Und wenn ihnen Energie fehlt, ist es kein Wunder, wenn sie müde sind, wenn sie dunkel erscheinen, wenn Konflikte und Herausforderungen entstehen. Gleichzeitig kann sich dadurch ganz viel von alleine lösen, dass die Energie wieder beginnt zu fließen. Wie ein Eisblock in der Sonne, der beginnt zu schmilzen. Das Wasser wird immer wärmer, es fließt immer mehr. Und da, wo es vorher kalt und hart war, wird es weich und sanft und flüssig. Die Energie kann einfach ganz so fließen, wie es für dich das Richtige ist. Du brauchst nichts zu tun, du kannst es einfach wahrnehmen und geschehen lassen. Vielleicht magst du dir vorstellen, wie auch deine Umgebung immer mehr in Licht getaucht wird. Vielleicht auch Situationen oder Personen, Menschen, mit denen du zu tun hast. Deine Arbeit, deine To-Do-Listen, die auf dich warten. Alles, was neue Energie und Licht braucht, dem kann es zufließen. Und nimm wahr, wie es dadurch immer heller und leichter wird, von ganz alleine. Du kannst deinen Atem tiefer werden lassen. Mit dem Ausatmen die alte verbrauchte Energie, mit dem Ausatmen die alte verbrauchte Energie loslassen. Mit dem Einatmen das Licht, die Liebe und die neue Energie aufnehmen. Und dann lasse, falls du es nicht eh schon getan hast, die Energie auch in deinen Kopf fließen. In das Zentrum deiner Wahrnehmung. Immer mehr Licht, immer mehr Energie in deine Gedanken. In das Beobachten von allem, was gerade in dir passiert. Als würde die Sonne in deinem Kopf und in deinem Herzen aufgehen. Einfach tief veratmen, Energie aufnehmen. Dich hinein entspannen. Oder wenn du merkst, dass du Widerstand hast und dich anspannst, die Anspannung bewusst erlauben. Richte dich einmal alle Muskeln anspannen. Bauch, Beine und Arme, Gesicht, Rücken, Brust. Richtig in die Anspannung reingehen. Den ganzen Widerstand zulassen, die Anspannung. Noch drei Sekunden. Zwei, eins und loslassen. Dich entspannen. Wunderbar. Und dann nimm dir noch so viel Zeit, wie du brauchst, bevor du zurückkehrst in den Alltag mit neuer Energie. Schön, dass es dich gibt und schön, dass du da bist.